Wer war die Person, die hinaufgegangen ist? Jukarı çıkan kişi Kimdi. Meine Mutter ging nach oben, um die Tasche zu holen. Einem Chante ihr Almak için jukarı çıkte. Ich habe niemanden gesehen. Ben kimseyi görmedim. Müssen wir diese Schulung absolvieren? Bu eğitimi Almak zorunda miyes. Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Müdürüm zorunda bir eğitim olduğunu söyledi. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn sie mitmachen. Zorunlu görünmüyor. Ama katılırsan iyi olacaktır. Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Mailin eklerini indiremedim. Tekrar gönderebilir misciniz? Natürlich versende ich es. Natürlich versende ich es sofort. Tobi, hemen göndereyorum. Ich habe meine gelöscht. Aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Ben dekinis sildim. Ama tekrar bakayım. Wird Michael ein guter Mann werden? Michelle iyi bir adam olacak mı? Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael iyi bir adam olacağını sanmıyorum. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Michael iyi bir adam olacağı gibi görünüyor. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Daha ucuza bir araç bulabilir miyiz? Wir können nichts günstigeres finden. Daha ucuza bir araç bulabilir miyiz? Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Arkadaşım aradım, bil fiat bekliyorum. Wie läuft Tommys Urlaub? Tommy'nin Tatili nasıl gidiyor? Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohl fühlt. Görünüşe göre Tommy çok rahat değil. Es läuft großartig. Harika gidiyor. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu proje de kim inle çalışacağız. Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Bu proje de sa de je bizim ekip çalışacak. Bu proje de Michael ile çalışıyorum. Bu proje de Michael ile çalışıyorum. Ich glaube, ich gehe nach Paris. Sanırım Paris se gideceğim. Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen. Tatil im Istanbul'da geçireceğim. Was machst du in deiner Freizeit? Boş zamanlarında ne yaparsın? Ich lese Bücher. Kitab okurum. Ich schaue Filme. Film izlerim. Ich höre Musik. Musiklin lehrim. Ich mache Hausarbeit. Evişi yaparım. Was gibt es zum Abendessen? Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Pommes frites und Fleischbällchen. Patates, kızarması ve Köfte. Eine tolle Pasta. Harika bir Makarna. Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Eve babandan sonra kim geldi? Danach kam Abi. Ondan sonra abi geldi. Mein Bruder kam gleich danach. Hemen sonra kardeşim geldi. Worum wird es bei diesem Treffen gehen? Bu toplantıyı hangi konu hakkında olacak? Über Gehaltserhöhungen. Marşsamları hakkında. Nächste Woche geht es um seinen Plan. Gelecek hafta planı hakkında olacak. Bu gün birlikte çalışabilir mi is. Gelecek hafta planı. Bu gün çok uygun değilim. Bu gün çok uygun değilim. Gelecek hafta planı. Görevimiz nedir? Beende dieses Spiel schnell. Bu oyunu hızlıca bitirmek. Blockieren. Eingehender Spieler. Gelen oyuncuları engellemek. Gelecek hafta planı. Gelecek hafta planı. Mit wem möchten Sie sprechen? Kimseyle konuşmak istemiyorum. Bist du zum Arzt gegangen? Doktora gittin mi? Nein. Ich bin nicht gegangen. Hayır gitmedim. Ich werde am Nachmittag gittim. Öğleden sonra gideceğim. Wie hast du nachts geschlafen? Gece nasıl uyudun? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Gece Sivrisinek beni ısırmış. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Gece çok rahat yattım. Haben Sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Çözüm için bir yol bulabildiniz mi? Ja. Wir haben zwei Alternativen. Evet, iki Alternatifimiz var. Wir haben noch keinen Weg gefunden, das Problem zu lösen. Henüz çözüm için bir yol bulamadık. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Toplantı Odası'nda projenin detaylarını tartıştınız mı? Evet, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Evet, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Evet, detayları konuşmak için bir Toplantı daha ayarladık. Teşekkürler. Ne? 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 Diese Farbe gefällt mir sehr gut. Siehrengi çok severim. In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? Hangi yüzyılda yaşamak çok ilginç olabilirdi. Das Leben im 18. Jahrhundert hätte Spaß machen können. 18. yüzyılda yaşamak eğlenceli olabilirdi. Ich möchte im 30. Jahrhundert leben. 30. yüzyılda yaşamak isterdim. Wirst du Matheunterricht nehmen? Matematik dersine girecek misin? Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Hayır, aynı saatte bir başka Sınavım olacak. Ja, ich muss diese Prüfung ablegen. Evet, bu Sınav'a girmem gerekiyor. Wer hat recht? Kim haklı? Soweit ich sehen kann, hat unser Geschichtslehrer recht. Gördüğüm kadarıyla tarih öğretmenimiz haklı. Es gibt niemanden, der recht hat. Haklı kimse yok. Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Sınıfınızda kaç kişi var? Sınıfımda yirmi üç kişi var. Sınıfımda eski dan otuzki şey var. Önce bir lande öğretti. Wo lernt ihr kind? Sınıfımda kaç kişi var? Er studiert an der Schule, die sie vor sich sehen. Illeride gördüğün okulda okuyor. Er studiert an dieser Schule. Şu okulda okuyor. Was sollen wir morgen tun? Yarın ne yapalım? Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Kesinlikle matcha gern meliyiz. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Kesinlikle partie git meliyiz. Wann stehst du morgens auf? Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Her sabah yedide kalkarım. Ich wache am nachmittag auf. Öğleden sonraları uyanırım. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Sabahları çok erken kalkmam. Wann ist das Abendessen fertig? Öğleden sonraları uyanır. Nach 3 Stunden 3 saat sonra Wir werden heute draußen zu Abend essen. Bugün yemei düşerü de yeeces. Country Kann ich etwas Geld le relin? Biraz borç alabilir miyim? Leider habe ich auch nicht viele. Maalesef, bende de çok yok. Wie viel brauchen Sie? Sana ne kadar lazım? Liegt eine Katze auf dem Tisch? Masanın üstünde Kedi var mı? Ya, es gibt eine schwarze Katze. Evet, siyah renkli bir kedi var. Ya, es gibt zwei Katzen, eine schwarze und eine weiße. Evet, biris siyah biri beyaz iki kedi var. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Neden sınavı geçemedin? Ich konnte nicht hart arbeiten. Çok çalışamadım. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Çalıştım ama yapamadım. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Sınavı yetişe medim. Haben Sie Ihre Präsentation für morgen vorbereitet? Yarınki sunumu hazırladın mı? Ja, ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Evet, hazırladım. Ama biraz daha çalışmam gerekiyor. Ich habe noch die letzten zwei Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Son iki sayfam kalde, sonra bitir misch olacağım. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy çok güleryüzlü biridir. Tommy ist ein sehr gesprächiger Mensch. Tommy çok konuşkan biridir. Werden Sie es schaffen, zum Treffen zu kommen? Toplantıya yetişebilecek misin? Ja, ich werde pünktlich kommen. Evet, tam zamanında geleceğim. Ich komme 20 Minuten zu spät. 20 dakika gezekeceğim. Was ist passiert? Ne oldu? Ich bin fast gefallen. Neredeyse düşecektim. Eigentlich gibt es nichts. Aslında bir şey yok. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Wie heißt du? Adınız nedir? Ich heiße Michael. Benim adım Michael. Ich bin Michael. Ben Michael. Álmanca konuşabiliyorum. 劇 cebiyacındı? Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Şu kitabı daha önce okudunuz mu? Nein, ich habe es noch nie gelesen. Heil, daha önce okumadım. Ich habe es vor fünf Jahren gelesen. Beşil önce okumuştum. Was kostet diese Hose? Bu pantolonun fiyatı nedir? 23 Dollar 23 Dollar Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Bu yılki tatilimizi nereye planlıyorsunuz? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Paris' te yapmayı düşünüyorum. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Londra'ye gitmeyi düşünüyorum. Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Yerushma'ya kim kazandı? Mein Freund Michael belegte den ersten Platz. Arkadaşım Michael birinci oldu. Ich konnte nicht gewinnen. Ben kazanamadım. Wirst du morgen frei sein? Yarın müsait misin? Ja, ich arbeite morgen nicht. Evet, yarın çalışmıyorum. Nein, ich muss zur Schule. Hayır, okula gitmem lazım. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Çocuklarla parka gideceğim. Wie lange wird das Treffen dauern? Toplantının süresi ne kadar olacak? Eine Stunde wird ausreichen. Bir saat yeterli olacaktır. Es dauert höchstens zwei Stunden. En fazla iki saat sürecektir. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplantı kaçta başlayacaksın? Das Treffen wurde verschoben. Toplantı ertelendi. Bugün ıptal oldu. Präsident, Haben Sie Fragen? Başka sorunuz varme? Ich habe keine Fragen mehr. Başka sorum yok. Werden Sie fortfahren? Devam edecek misiniz. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy çok sakin biridir. Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Tommy çok hırslı biridir. Kannst du Deutsch sprechen? Almanca konuşabiliyor musun? Nein. Ich spreche nicht gut Deutsch. Hayır, Almanca iyi konuşamıyorum. Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Wie gehst du zur Schule? Okula nasıl gidiyorsun? Ich fahre mit dem Taksi zur Schule. Okula, Taksi ile gidiyorum. Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule. Bazen otobüsle okula gidiyorum. Wenn soll ich zu ihnen kommen? Ne zaman Sie kommen? Ne zaman Sie gelmemi istersin? Du kannst kommen, wann immer du willst. Istedigin zaman gelebilirsin. Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Akşama gelmeye ne dersin? Kommst du zum Endspiel? Final maçına gidecek misin? Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Biletim olmadığı için gidemeyeceğim. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Eğer işim biterse, gitmeye çalışacağım.